Wir kommen jetzt zum Kern dieses Kapitels, die Realisierung einer Funktion durch ein neuronales Netz. Also wir haben eine Funktion gegeben und wir fragen uns, gibt es ein neuronales Netz, das diese Funktion realisiert? Das heißt also zunächst mal die Frage, gibt es immer so ein Netz? Dann welche Struktur hat dieses Netz und wie muss man die Parameter einstellen? Wir gehen das in drei Schritten an. Zunächst mal werde ich Ihnen erklären, im Prinzip geht das immer. Dann reden wir darüber, gegeben, wir nehmen an, die Struktur ist festgelegt, also wie viele Neuronen wir haben und wie die miteinander verschaltet sind. Und wir fragen uns, wie man die Parameter einstellt. Dazu sagt man, man trainiert das Netz oder das Netz lernt. Und dann im nächsten Schritt war, fragen wir uns dann, welche Struktur soll man wählen? Gehen wir es an. Also, wir möchten eine gegebene Funktion mit einem Netz realisieren. Geht das immer? Und wenn ja, welche Struktur wählen wir und wie müssen wir die Parameter einstellen? Also zunächst mal die Frage, geht das immer? Und die Antwort ist ja. Hier ist der Satz, im Prinzip ist das immer möglich. Nämlich, wenn wir eine Funktion f haben, die n Argumente hat, dann sagen wir n Argumente zwischen 0 und 1 und einem Ergebnis, einem reellen Ergebnis, das auch zwischen 0 und 1 liegt. Man kann es auch so schreiben, f ist eine Funktion von 0,1 hoch m nach 0,1. Die kann man beliebig gut approximieren durch ein neuronales Netz. Was heißt beliebig gut approximieren? Beliebig gut approximieren heißt, Das heißt, dass für alle Eingaben x gilt, wenn wir uns den Unterschied anschauen zwischen dem, was wir wollen und dem, was wir geliefert kriegen durch das Netz, dann ist das kleiner gleich y. Und beliebig gut heißt, dieses y kann man so klein wählen, wie man nur will, aber je kleiner man das y wählt, desto größer muss man das Netz wählen. Ja, also im Prinzip ist die Aufgabe, die Antwort ja. Man kann jede Funktion beliebig gut mit einem neuronales Netz approximieren. Aber das ist zunächst nur eine Existenzaussage. Sie besagt nicht diese Aussage, dass es einen Algorithmus gibt, der die Struktur des Netzes und die Gewichte findet, geschweige denn einen effizienten Algorithmus. Das wird also unser nächster Schritt sein. Also, wir müssen darüber reden, wie wählen wir die Struktur. Dazu sagen wir später mehr. Und bei Gebener Struktur müssen wir über die Wahl der Gewichte reden. Jetzt, wie ist uns diese zu realisierende Funktion gegeben? Wir nehmen an, die ist durch Beispiele gegeben. Also, wir haben Beispiele aus Eingabe und Ausgabe. Ja, diese Beispiele, jetzt nehmen wir mal an, wir hätten ein Netz mit N Eingaben und einem Ausgang. Also, jede Eingabe besteht aus so einem Vektor x1 bis xn und jede Ausgabe ist eine Zahl. Das ist ein Trainingsbeispiel, Eingabe, Ausgabe. Ja, also ein Trainingsbeispiel ist so ein x und ein y. Wir haben davon Groß N. Also, wir haben Groß N Beispiele, welche Ausgabe wir bei einer bestimmten Eingabe wollen. Und was wir jetzt machen ist, wir suchen nach einer Einstellung der Parameter, der Gewichte des Netzes, so dass das Netz bei der Eingabe x i die Ausgabe y i liefert. Jetzt muss ich Ihnen noch erklären, wieso ich da jetzt die die i's oben hingeschrieben habe. Das habe ich deswegen gemacht, weil wir als Eingabe einen Vektor haben, der Länge N. Und die Komponenten dieses Vektors, habe ich bezeichnet mit x1 bis xn. Und damit ich nicht durcheinander komme, habe ich meine Trainingsbeispiele durchnummeriert, indem ich die Indizes oben hingeschrieben habe. Also die Trainingsbeispiele habe ich durchnummeriert, indem ich den Index oben hingeschrieben habe. Und dann habe ich den Index in Klammern geschrieben, dass man x oben 2 nicht verwechselt mit x². Deswegen die Klammern rum. Und die Suche nach den Parametern heißt Training. Präzisieren wir das etwas in der nächsten Folie. Also wir haben unsere Trainingsbeispiele. Wir haben hier unser neuronales Netz. Die Struktur liegt fest. Aber was noch nicht festliegt, sind die Parameter. Wir haben Parameter W0, W1, W2 bis Wm. Den generischen Parameter bezeichne ich mit Wj. Und wir haben also hier unser neuronales Netz. Und was dieses neuronale Netz tut, ist festgelegt durch die Gewichte. Wir haben unsere Eingaben x1 bis xn zusammengefasst zum Vektor x. Und h unten W von x ist also dann die Ausgabe des Netzes mit Parametersatz W bei Eingabe x. Statt Ausgabe sagt man hier obmeist Hypothese. Also das ist, was das Netz sagt. Was ist das Netz als Hypothese hat, was rauskommen soll. Und was jetzt unser Training machen soll, das soll ein Parametersatz W finden. sodass die Hypothesen des Netzes und die korrekten Ausgaben möglichst gut übereinstimmen. Und jetzt müssen wir uns also als nächstes festlegen, was wir meinen mit möglichst gut übereinstimmen. Und dann, wie findet man den Parametersatz? Also jetzt, was heißt möglichst gut übereinstimmen? Wir haben also so ein Trainingsbeispiel x und y. Wir möchten, dass y rauskommt. Was rauskommt, ist das h unten W von x. Also wir haben den Parametersatz W und das Ergebnis, das wir kriegen, ist h unten W von x. Das hier ist der Unterschied. Und wir quadrieren das, damit wir eine positive Zahl kriegen. Wir könnten auch den Absolutbetrag nehmen. Aber der Absolutbetrag ist eine Funktion, die so aussieht. Ja, also wenn wir hier die x-Achse haben und hier die y-Achse. Und das ist hier an der Stelle 0, ist der Absolutbetrag nicht differenzierbar. Und mit nicht differenzierbaren Funktionen arbeitet sich schwer. Deswegen nimmt man meistens das Quadrat der Abweichung. Ja, das ist das Quadrat des Unterschieds. Und dann haben wir den Gesamtfehler. Was ist der Gesamtfehler? Na, da summieren wir einfach alle Einzelfehler. Wir summieren alle Einzelfehler über alle Trainingsbeispiele. Also der Fehler e in Abhängigkeit der Parameter. Wir summieren über alle Beispiele i von 1 bis n die Quadrat des Unterschieds. Also y oben i minus hw an der Stelle x oben i. Den Unterschied haben wir, den quadrieren wir und das summieren wir alles auf. Der Gesamtfehler ist eine Funktion der Parameter w. Die Paare x, y, y, i das sind die Trainingsbeispiele. Die sind fest und gegeben. Also da müssen Sie jetzt aufpassen. Unsere Variablen sind das w. Sie sind gewohnt daran, dass x Variablen sind und vielleicht y. Nein, die Trainingsbeispiele sind fest. Die sind gegeben und fest. Und was Variable ist, ist das w. Und wir können jetzt präzisieren, was das Ziel des Trainings ist. Nämlich, bestimme einen Parametersatz, der den Gesamtfehler minimiert. Also wir haben eine Funktion e. Das ist eine Funktion von vielen Variablen, von all diesen Gewichten. Und wir möchten den Fehler minimieren. Also wir suchen das Minimum einer Funktion in mehreren Variablen. Und die Vorgehensweise dazu ist sogenannte Nuteniteration oder der Gradientenabstieg. Und auf der nächsten Folie legen wir die Basis, was das bedeutet, Gradientenabstieg und Nuteniteration. Also nochmal, wir haben hier unseren Gesamtfehler. Der Gesamtfehler ist eine Funktion der Parameter. Und was wir uns jetzt fragen ist, für jeden Einzelnen dieser Parameter, was passiert mit dem Fehler, wenn wir den Parameter wj geringfügig ändern? Geht er hoch? Oder nimmt er ab? Also wir fragen uns, wie der Gesamtfehler von dem wj abhängt, wenn wir den gerückfügig ändern. Geht er hoch? Geht er runter? Nachdem wir das studiert haben, aber hoch geht oder runter, dann ändern wir das wj geringfügig, sodass der Gesamtfehler kleiner wird. Das machen wir für alle wj. Und das machen wir so lange, bis wir zufrieden sind. Jetzt, wenn wir uns fragen, was passiert mit dem Fehler, wenn wir wj geringfügig ändern? Der richtige mathematische Begriff ist die Ableitung nach wj, und zwar die partielle Ableitung nach wj, weil wir jetzt eine Funktion von vielen Variablen haben. Diese partiellen Ableitungen schreiben, also sind gewohnt, dass hier die e nach die x, wenn wir Funktion e haben, die abhängt von der Variable x. Wir haben jetzt auch unsere Funktion e, die abhängt von diesen Parametern w1, w2 und so weiter. Und da schreibt man die Ableitung so, da schreibt man also nicht ein d, sondern man schreibt das griechische dell, also d e nach d, also partielle Ableitung von e nach wj. Und partielle Ableitung ist das gleiche wie die normale Ableitung, das ist die relative Änderung von e bei kleiner Änderung von wj. und um das auszurechnen etwa, wenn Sie haben die Funktion w1 mal w2 plus w2 Quadrat, also das wäre unsere Funktion e, und wir bilden die partielle Ableitung von e nach w2. Dann haben wir hier zunächst mal den Ausdruck w1 mal w2. Wir betrachten das w2 als Variable, und das w1 ist fest, dann ist also die Ableitung w1. Und dann haben wir das w2 Quadrat, da ist die Ableitung 2w2. Also um eine partielle Ableitung zu bestimmen, dann nehmen Sie die Variable und sagen, alles andere sind konstanten, und dann leiten Sie ab, wie gelernt. Und dann nehmen Sie das w2 Quadrat. die die dualizierten W2, und dann nehmen Sie das in school auf dann nach w2 a4 Quadrat. Und dann nehmen Sie das w3 Quadratmeter. Und dann Sonatevm forrer cloud das und dann d4 Quadrat doch. mit diesem Quadrat ist ja w3 Quadrat! Untertitelung des ZDF, 2020